Freunde, der Eintritt ist gratis, komm, komm mal rein, komm, wer ist als nächster, komm, komm, eine Runde, komm, gehen wir, gehen wir. Meine lieben Damen und Herren, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei GeorgCV. Freunde, gestern Nacht ist dieses Ding da, dieses LED, einfach runtergefallen, Digga, um 6 Uhr in der Nacht. Und ich bin aufgestanden wie ein Nilpferd und ich guck, alles ruiniert. Sogar das Bild da oben, was man wahrscheinlich gerade nicht sieht, war auch am Boden, alles kaputt, Digga. Und ich denk mir so, an was hat's gelegen, Digga? An was hat's gelegen? Also, an was hat's gelegen? Alle Schrauben haben sich demontiert, auf komische Art und Weise, und waren weg. Und ich dachte mir so, danke, Bruderherz. Und wie ihr gerade seht, hängt das irgendwie im Nirgendwie, Digga. Aber egal, Digga. Hauptsache, der Hintergrund flasht und wir haben unsere Aufgabe erledigt. Freunde, wir möchten in diesem Video nicht allzu lange reden. Viele haben behauptet, Junge, beruhig dich, schrei nicht zu lange herum, hör auf, hör auf. Und ich hab mir gedacht, ich bin heute sowieso kaputt, Digga. Ich bin extremst kaputt. Und ich bin erst vor einer halben Stunde nach Hause gekommen und dachte mir, ein Video muss raus, denn die Leute warten. Und heute kommt ein Video über einen Jungen, der mir privat täglich Nachrichten schickt und speziell jetzt in letzter Zeit mich schon langsam bedroht. Es geht um ein Video, was ich in den letzten Tagen hochgeladen habe. Da ging es um dieses Mädchen, was mir intime Fotos geschickt hat. Ich hab über dieses Mädchen geredet und gesagt, pass auf dich auf, sowas sollte man nicht schicken. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Junge hat mir dann, nachdem er dieses Video gesehen hat, täglich geschrieben, wenn dieses Mädchen das schicken will, dann soll sie es doch schicken. Wenn du es nicht annimmst, dann möchte ich es gerne annehmen. Und ich dachte mir so am Anfang, Junge, halt den Maul, Digga. Halt den Maul. Hab am Anfang ignoriert, dann hat er weiterhin geschrieben, warum ignorierst du, was bist du, so behandelst du deine Abonnenten. Daraufhin hab ich ihnen ein Herzchen geschickt. So, beruhig dich mal, du bist mein Abonnent, das schätze ich mega wert, aber das, was du schreibst, ist jetzt momentan nicht das Beste. Danach, wieder, schick mir die Fotos, Digga, schick mir ihren Namen, ich will wissen, Digga, ich will's wissen. Ich hab ihn wieder ignoriert und dachte mir so, halt den Maul. Dann hat er versucht, von links und rechts Nachrichten wieder zu senden, dies, das, täglich, Freunde, täglich. Und ich dachte mir so, wie kann das sein, dass man so abhängig ist von solchen Fotos, dass man unbedingt solche Fotos haben möchte von dieser Person. Das ist unnormal, Digga, das ist wirklich unnormal. Es ist manchmal echt traurig, Freunde, wie sehr man an sowas hängen kann. Dann kam ein fetterer Absatz, wo gesagt wurde, du bist kein guter Mensch, du bist kein guter YouTuber, du kannst dies und jenes nicht. Von einem, der mich wirklich gefeiert hat, kamen Nachrichten, wo du dir denkst, Bruder, der größte Hater, Mann, die abonnieren, die ist das, wo ich mir dachte, Bruder, muss das sein, Mann, muss das sein. Das ist wirklich ein Abonnent von mir, der mich feiert und mich in der nächsten Sekunde, nur weil er diese Fotos nicht bekommt oder ihren Namen, einfach mich deabonniert, mich hasst und mich sogar bedroht. Warum schicke ich den Namen dieses Mädchens oder warum erwähne ich sie nicht in meinem Video? Erstens mal, weil ich sie beschützen möchte. Ich hab einige Zuschauer hier da draußen, die wahrscheinlich gerne wollen, dass sie Bilder von ihr bekommen, so. Gratis Onlyfans in diesem Sinne. Und ich denke mir so, dieses Mädchen sollte langsam in Vernunft kommen, weil ich bin ganz ehrlich, Bilder, die einfach so random geschickt werden, Digga, obwohl man die Person nicht kennt, das ist nie gut und war nie gut. Und zweitens, weil sie nur meine Videos feiert, hab ich das Gefühl, entnehme ich etwas von ihr, das ist nicht richtig, Freunde. Das ist etwas, was nicht richtig ist und nicht meine Art ist. Vielleicht andere YouTuber, andere Menschen würden das machen, aber ich fühl mich bei sowas nicht wohl. Wenn ich mit YouTube durchziehen und erfolgreich werde, möchte ich nicht als Gegenleistung etwas zu bekommen, Digga, das ist so. Es reicht ein Like, es reicht ein Abo, mehr nicht, Freunde. Ich hab mir gedacht, Freunde, heute kommt ein kurzes Video, so hinter den Kulissen, wie ich es euch immer wieder versprochen habe. Eine kurze Info nochmal, ganz kurz, bevor das Video sich beendet, ich habe eine neue Stehlampe besorgt, Freunde, extravagant ist, die kommt morgen an. Ihr müsst euch vorstellen, Freunde, diese Lampe kostet ein Vermögen, ich hab sie billiger bekommen, aber diese Lampe ist ein Wahnsinn, okay, ist wirklich ein Wahnsinn. Und ich hoffe, diese Lampe wird demnächst auf YouTube und in meinen YouTube-Videos extrem geil werden und einen guten Hintergrund bilden. Also, Freunde, seid gespannt, wenn ihr Bock darauf habt, dann lasst einen heftigen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und bleibt weiterhin eine GeorgTV-Armee. Ich grüße euer Herzen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Vergesst nicht, Peace out. Vergesst nicht, Peace out.